jo servus leute jetzt zeige ich euch ein party schiff durchfahrt in groß auch einmal mein leute schaut mal so ein schönes schiff fährt hier durch leute im dunkeln kann man gerade so noch sehen dass er gut beleuchtet ist leute der fährt hier durch so geil momentan ist es ja sehr früh dunkel leute weil wir haben ja herbst weil immer im november wenn winterzeit ist wird es ja früher dunkel deswegen dieses schiff ist so geil fahrender party schiff ist das oder so wie man es nennen will weil da sitzen leute drin und so weiter und da leuchtet da drin alles und fährt in richtung seligenstadt weiter einfach geiles video wird das da steht wie war großes drauf auf dem schiff led lampe einfach so geil leute da kommt man was eigenes sehen und jetzt eine minute vergangen dieses mal tut dieses handy nicht hin und her so wie bei meinem anderen handy mal weil im dunkeln hat das immer unkenntlich gemacht aber bei dem neuen da ist es schön erkenntlich ist auch gut so und jetzt fährt er weiter in richtung seligenstadt einfach geile lichter diese chef sieht man ja auch auf der kamera so das war's ich hoffe es hat euch mein video gefallen wenn euch das gefallen sollte gibt einen daumen hoch oder abonniert mich weil ich habe so in die kommentare ich bedanke mich für das zu sehen und bis zum nächsten video ciao leute bis zum nächsten mal